Streitsüchtig Mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruflehrer, ich lebe in Berlin und nicht ich bin streitsüchtig, sondern die Schulverwaltung von Berlin. Die haben nämlich eine Beschwerde losgelassen, dass ihnen das nicht passt, dass keine Revision zugelassen ist. Die wollen also tatsächlich meine Kündigungsschutzklage nochmal aufrollen. Und ich sehe eigentlich keine Veranlassung dazu, aber so arbeitet das System. Leute niedermachen, beleidigen, denunzieren, beschuldigen, anklagen, bestrafen und wenn sie da nicht mitmachen, dann in die Länge ziehen, dass ihnen vielleicht die Nerven durchgehen, wie auch immer. Ich habe da wenig Verständnis dafür und ich möchte gerne, dass dieser Quatsch aufhört. Und dass alle ihren Teil dazu tun, dass diese Stasi 2.0 aufhört zu arbeiten. Hier in Deutschland gelten Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Informationsfreiheit und ich habe nichts anderes als Fakten mitgeteilt. Und niemand hat mir jemals einen Fehler nachgewiesen. Es geht hier nur um Meinungsmache gegen mich, um mich als Gesprächspartner auszuboten. Nach dem Motto, mit dem reden wir nicht, wir bestimmen wer hier demokrat ist und wer nicht. Aber das ist genau das, was ich als antidemokratisch bezeichnen würde. Das ist die Schulverwaltung von Berlin. Streitsüchtig.